Hier finden Sie allgemeine Informationen und Tipps rund um den ersten Arbeitstag für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Am ersten Tag in einer neuen Arbeitsstelle zeigt man Ihnen normalerweise zuerst Ihren Arbeitsplatz, Ihre Arbeitsmittel und Werkzeuge. Ebenso werden Sie Ihre Kollegen und Vorgesetzten kennenlernen, soweit diese nicht beim Bewerbungsgespräch dabei waren. Nach Vorstellung und Einführung werden Sie oft auch direkt am ersten Arbeitstag Ihre normale Tätigkeit aufnehmen, worauf Sie sich also entsprechend vorbereiten sollten. Die erste Zeit in einer neuen Anstellung kann oft sehr fordernd und gewöhnungsbedürftig sein. Ein neuer Arbeitsplatz, neue Tätigkeiten, neue Kollegen, ein neuer Tagesablauf sind nur einige der Punkte, die eine Umstellung bedeuten. Das ist aber auch den meisten Arbeitgebern bewusst. Sie geben neuen Mitarbeitern meistens eine gewisse Zeit zur Eingewöhnung und zum Anlernen in alle Belange des neuen Jobs. 結when, resignieren Sie 여자 sowie ein Ans wenige Komponsgram. 4 6 6 7